Hallo, herzlich willkommen zur 112. Folge Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt mit mir, dem Max. Und dem Christian, hallo. Großdrust an steiner Thesen, garantiert nicht spoilerfrei und jede Menge gefährliches Halbwissen zum Thema True Romance heute. Ja, wir machen heute mal wieder ein gemixtes Doppel, sprich du hast ihn noch nicht gesehen. Ich gucke ihn mal wieder. Ja, und ich finde ja, für True Romance darf man ruhig mal kurz einmal so eine schöne Halbwissenkeule rauskramen zum Thema Tarantinos, schriftstellerisches Wirken, sein Drehbuch Wirken. Und ich würde auch jetzt tatsächlich mal grundsätzlich, ich weiß gar nicht, ob wir das hier schon mal hatten. Also wir haben ja irgendwie, weiß ich auch nicht, ich habe glaube ich gerade so eine populäre Phase, die wahrscheinlich durch Top Gun und Co. angeschubst. Jetzt habe ich so das Gefühl, wir beide haben noch nie über Tarantino gesprochen, kann das sein? Kann sein. Ja, also hatten einfach noch gar keinen Anlass. Und da würde mich einfach nur mal ganz kurz interessieren, wie du den eigentlich für dich einsortierst, Quentin Tarantino. Gibt es sowas, wo du denkst, ja, ich habe schon gerne den und den geguckt oder? Ja, unterhaltsame Filme. Also die, die ich gesehen habe. Ja. Welcher fällt dir da ein? Also gesehen habe ich auf jeden Fall von seinen Regiearbeiten Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Django Unchained, Hateful Eight, Die Bastards, Inglourious Bastards. Und jetzt geht es bei mir gleich schon wieder los, welche hat er noch gemacht als Regisseur? Es sind noch ein paar und ich würde zum Beispiel reinzumeißen. Zehn hat er, ne? Ja, so heißt es, ja. Also Moment, ja doch. Oder ja? Ich, genau, also der, also so, ja, bitte. From Dusk to Dawn und Sin City sind ja höchstens anteilig irgendwie da von ihm gefehlt. Ja, aber das wäre so dieses erweiterte Universum, wo man dann ja dann auch Two-Womans so reinschmeißen könnte. Oder auf jeden Fall kann, wenn er dazu das Drehbuch geschrieben hat. Und vielleicht nur nochmal, also ich wäre so, wenn ich jetzt so auf die Schnelle, und ich durfte ja vorher schon mal mir das überlegen, sagen müsste, welche Filme sind bei mir so hoch angesehen und was Rang ist und läuft so drunter. Ah, jetzt fällt mir ein, warum ich ein Déjà-vu habe, weil Spätfilme hat mal dazu eingeladen, zu Pulp Fiction mal was zu Tarantino zu erzählen. Stimmt. Ich kriege mir gerade ein, dass ich da tatsächlich mal meinen Senf zugegeben habe und deswegen gerade überlegte, wo tat ich das denn? Jedenfalls habe ich auch da schon behauptet, Filme wie The Glorious Bustards und Jackie Brown, da schlägt mein Herz. Den habe ich auch mal gesehen, aber den habe ich glaube ich nur mal im TV einmal gesehen. Und gehört eher so zu Team Kapieren, Pulp Fiction nicht. Also jedenfalls sozusagen hat der damals bei mir nicht gewirkt so. Der hat dann eher Reservoir Dogs positive Spuren hinterlassen. Und bei Pulp Fiction habe ich so, oh, ganz schön aufgesetztes Getue. Das würde ich heute so gar nicht mehr halten können. Ist schon auch, also für mich auch sehr nachvollziehbar, warum der so reingehauen hat. Und hat ja wirklich ein kleines bisschen ein paar neue Türen aufgestoßen in Hollywood. Was, was, wo schlägt dein Herz so? Ist das quasi eher so, eher Kill Bill als? Kill Bill habe ich zum, die habe ich beide nicht gesehen. Ah ja, okay. Siehste, und dann sind wir schon fast, dürfen wir schon in der Nähe von Zehnten sein. Zum Beispiel Django, weil es vielleicht noch etwas frischer ist oder so, empfand ich als wahnsinnige Enttäuschung. Obwohl an vielen Stellen ganz schön gut, aber so unterm Strich war ich so, ach he je. Da habe ich ganz andere, ganz viel höhere Erwartungshaltung gehabt. Also ich behaupte einfach, am liebsten gucke ich wahrscheinlich noch die Reservoir Dogs. Und bei, und in Glorious Bastards vielleicht wegen Hans Lander, wegen Christoph Waltz. Ja. Ja. Weil ich die auch alle dann nur im Kino gesehen habe. Also die Hateful Eight in Django und die Bastards. Und ich überlege, ich glaube, also Bastards habe ich auf jeden Fall in Schweden gesehen. Und Django Unchained. Ich glaube ich in Deutschland. Weiß nicht. Ja. Also da habe ich auch jeweils nur eine Sichtung gehabt. So, das heißt, wenn Tarantinos neuer Film im Kino ist, macht das bei dir irgendwas? Oder ist das so? Ja, es ist so, kann man auf jeden Fall doch noch gucken, ja. Klar. Aber ich würde mich jetzt nicht als Fanboy oder, oh ja, auf jeden Fall schnell hin da so bezeichnen, ja. Genau. Also ich bin da auf jeden Fall auch eine relativ gesunde Distanz, weil eben genau der Pulp Fiction-Hype damals bei mir nicht so reingehauen hat. Ich muss aber sagen, wenn ich jetzt so nochmal überlegt habe, also gerade True Romance, der hat zum Beispiel ganz schön reingehauen. Und mal gucken, wie du das so findest. Aber ich finde, das ist auch schon ganz schön doll Tarantino-Stoff. So, das kann man dem ja dann doch schon ganz gut zuordnen. Das gibt da schon etwas, was der immer wieder in seinen Geschichten reinbringt. Und das bleibt auch übrig, können wir aber auch heute überprüfen, wenn andere Regisseure seine Stoffe verfilmen. Und ich habe das übrigens nochmal kurz nachretaschiert. Ich habe das beim letzten Mal am Ende ja schon so angedeutet, dass es ein Drehbuch, ein monströses Drehbuch, und wie sich jetzt rausstellte, so erzählt man es sich oder Quentin Tarantino selber auch in Interviews, das erste Drehbuch, das er jemals wirklich komplett fertiggestellt hat, ist das 500-seitige The Open Road gewesen. Das hat noch, also in der Ursprungsidee war das von Roger Avery, seinem Videotheken-Kumpel. Und der hatte halt nur so 40, 50 Seiten und meinte so, Tarantino hatte Lust, das weiterzuentwickeln. Und dann ist es wohl explodiert und war in seiner Erfahrung das erste Mal, dass er etwas bis zum Schluss geschrieben hat. Und dann war natürlich klar, mit 500 Seiten Drehbuch braucht man gar nichts machen. Und da steckte wohl tatsächlich True Women's und Natural Born Killers drin. Und um das Ding irgendwie zu vermarkten, wurde das dann wieder auseinanderdividiert. Oder dadurch entstanden dann erst zwei Drehbücher. Und beide ja sozusagen erst mal verfilmen. Und ich glaube, beides auch 93, wenn ich das jetzt richtig einsortiere. Also das heißt, ziemlich nah an dem Moment, wo dann in 94, in dem Moment in 92, hat er ja Weather War Dogs rausgekommen. Also er hatte ja durchaus auch Interesse daran, seine Drehbücher auch damals schon zu verfilmen. Das war halt nur einfach noch gar nicht so möglich. Also der Einstieg war tatsächlich erst mal Drehbücher verkaufen. Der Open Vote ist sowas wie Mitte 80er geschrieben worden. Also muss man das nochmal so einsortiert, so auf der Timeline. Und genau, jetzt sehen wir also, wie Tony Scott sich das annimmt. Und ich fand das ja ganz interessant, dass wir einen Kommentar bei Top Gun drunter haben von Dennis Nice. Na, ihr habt ja gar nicht erwähnt, den womöglich besten oder aus seiner Sicht allerbesten Tony Scott Film, den Directors Cut von Revenge, wo ich sofort merkte, ah ja, den kenne ich gar nicht. Und würden du jetzt nochmal so für dich rekapitulierst, was bleibt für dich so? Was ist für dich so noch bei Tony Scott nochmal so erwähnenswert? Kennst du denn? Nee, auch nicht viel. Das hatte ich glaube ich auch bei der, bei der, bei der, bei der, bei der, bei der, der das gesagt hatte. Aber genau, so viel habe ich von ihm noch gar nicht gesehen, dass ich da verurteilen könnte. Und gibt es sowas, wie, wo du, was du mit, mit, bei Tony Scott so als, als, als Stil, also wenn wir jetzt, ich meine, jetzt habe ich einfach behauptet, es gibt so einen Tarantino-Stil und eigentlich gar nicht viel gesagt, was ich dann damit verknüpfe. Das können wir ja vielleicht auch im Nachhinein nochmal gucken, was wir da finden in Trove-Romins. Was würdest du denn bei Tony Scott, gibt es da für dich etwas, was du schon so erwartest, wenn wir jetzt einen Tony-Scott-Film gucken? Ja, schon irgendwie so hochglanzpoliert und, also kompetente Inszenierung, aber so Richtung Werbeclip-Ästhetik gehen vielleicht. Ja. Aber eher in Richtung sehr hochglanz. Sonst, jo, mal gucken. Ja, da bin ich jetzt auf jeden Fall auch gespannt, wie, wie sich das auswirkt. Bevor wir uns jetzt in den Film stürzen, habe ich noch eine große Bitte. Es ist ja so Ende des Jahres, wo wir das hier gerade aufnehmen und ihr das hören könnt erstmalig. Und wir wünschen uns was zu Weihnachten. Also ich sage das jetzt mal auch in deinem Namen, Max. Ich finde, wir haben ein kleines Geschenk von euch verdient. Wir wollen das aber nicht über Paypal und wir möchten auch nicht euch dazu speziell auffordern, euch jetzt auch noch bei Patreon einzureihen und dort monatlich Geld zu lassen, sondern es gibt etwas, das ist eigentlich sogar noch wertvoller für uns, die wir letzten Endes immer auch damit zu tun haben, neue Hörer zu erreichen. Geht nur, wenn man in bestimmten Podcast-Directories auch zu sehen ist. Und es gibt einfach nur mal dieses übermächtige iTunes. Und da sind wir gar nicht so besonders sichtbar. Da könnt ihr uns unbedingt mal helfen. Und das tut ihr einfach, indem ihr eine iTunes-Rezension schreibt. Das hat durchaus seine Tücken, die hat Max hier in anderen Folgen auch schon durchaus mal ausgebreitet, denn dazu braucht man tatsächlich auch ein Konto bei Apple, eine Apple-ID. Sonst könnt ihr das leider nicht tun. Ich hoffe, ihr seid alle kleine Apple-Jünger und habt das alles schon parat und müsst jetzt einfach nur in eurer Podcast-App nochmal sozusagen auf unsere Podcast-Seite gehen und dort eine Rezension hinterlassen. Wenn ihr euch jetzt aber schon fragt, wie komme ich denn da hin und so weiter, dann seid ihr, glaube ich, nicht diejenigen, die sich den Schmerz jetzt antun sollten. Die anderen, die schon denken, ja, bin schon halb da. Bitte schreibt sie, haut so viele Sterne rein, wie es für euch passt. Vielen Dank dafür. Danke. Max, dann würde ich sagen, was für eine wunderbare Gelegenheit. Wir zwei Kerle gucken jetzt einfach mal eine wahre Romanze. Und jetzt ist True Romance vorbei und Max weiß jetzt, wie sich Quentin Tarantino Bonny und Clyde vorstellt. Na, dazu müssen wir jetzt auch noch Natural Born Killers gucken. Den habe ich ja zumindest schon mal gesehen. Ja, genau, aber das, dann hast du schon so eine Ahnung. Ja, so könnte man das auf jeden Fall auch mal anklingen lassen. Ich versuche mal vorne anzufangen. Ich war beeindruckt, wie fast schwarz-weiß die Aufnahmen von Detroit aussahen nach dem Opening-Opening. Da habe ich so gedacht, ja, krass. Und ich merke, wie die paar Stücke, die ich von Hans Zimmer aus so grob dieser Zeit kenne, wie toll ich die immer finde. Also, die Musik passt für mich eigentlich so, entweder das Ultra-Ironische überhaupt zu dieser Handlung, aber sie ist einfach ungeheuer schön. Diese, weiß ich, was weiß ich, hier fünf Takte oder wie viele das sind, einfach nur. Aber die hat sofort ein, okay, diese ganzen Lieder vom Soundtrack sind mir völlig egal. Ich brauche nur dieses komponierte Stück von Hans Zimmer. Und wenn ich dadurch natürlich, hier denkt man an hunderttausende Filme, einfach schon einmal, die natürlich zitiert werden, direkt oder irgendwie wahrscheinlich auch indirekt. Und die habe ich längst nicht alle erkannt, die ganzen Indirekten. Aber dann taucht natürlich Brad Pitt auf und dann bin ich natürlich sofort bei Thelma und Louise und dem Cadillac und die Musik von Hans Zimmer. Naja. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass während der Achterbahnfahrt ich einmal Tom Cruise das Gesicht erkannt habe. Du, die Tatsache, dass du Weltkimmer erkannt hast, ist ja schon ganz schön viel. Du, das ist der Oberknaller. Ich habe so gedacht, oh, das ist ja eigentlich eine ganz schön lange Castliste. Und als ich dann dachte, das war jetzt also der Auftritt von Samuel L. Jackson. Okay, gut, dann wird das jetzt so weitergehen. Wir gehen diese Liste durch. Und dann habe ich so gedacht, okay, Dennis Hopper, drei Minuten später. Ah ja, okay, gleich Besuch, alles klar. Gut, das war Dennis Hopper. Und dann habe ich die ganze Zeit so überlegt, wer spielt da nicht diesen Elvis? Und ich hatte Val Kimmer, den habe ich komplett vergessen. Und ich habe jetzt überlegt, ob ich es dir direkt beim Absturzern sage, als es bei mir Klong machte, ganz laut. Und dann sah ich so hier, ich glaube Heartbreak Hotel war das, oder ne? Performt bei Val Kimmer und es machte bei mir, oh mein Gott, wie peinlich, nein. Und Demo Zen macht das Klick. Ach so, das war Val Kimmer, okay. Das habe ich überhaupt nicht mitgeschnitten. Ich habe echt, ich habe ernsthaft überlegt, welche Rolle spielt er denn? Und vor allen Dingen war ich auch, weil ich glaube, das ist noch die Zeit, in der Gary Oldman in jeder Rolle komplett anders aussah und sich wahrscheinlich auch anders anhörte. Und ich so dachte, Alter, ich habe vor ein paar Tagen nochmal bei Leon, der Profi, reingeguckt. Das ist doch nicht seine Stimme. Also klar, er soll irgendwie so auf diesen Afro-Typen machen und so. Aber krass, krasser Typ, krasser Typ. Oh, geil, wie ich fast er kann. Also das war echt so, wow, guter Schauspieler. Dem sollte man gute Rollen geben. Der hat noch eine gute Zukunft aus dem Jahr 93 geschaut. Ja, das ist dann vielleicht natürlich die andere Seite, der Gedanke, ja, Chris Penn ist tot, ne? Und bei Chris Penn habe ich diesmal extrem diesen Gedanken gehabt. Also Moment, 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 tot im Sinn, du meinst, die Figur ist tot, oder? Nee, ist Chris Penn? Wirklich, ja, ist das Schauspieler auch gestorben? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Ich meine mich, ich komme darauf, weil der bei Footloose mitspielt und im Footloose Featured oder so meinen die alle, oh ja, da war Chris noch dabei und da, da, da. Und ich behaupte, Chris Penn ist, muss dann da irgendwie, wenn ich mich täusche, würde mich das internet korrigieren. Genau, Chris Penn ist leider nicht mehr. Und ich, also eine enorme Ähnlichkeit mit Jonah Hill oder also Jonah Hill ist noch ein bisschen korpulenter, finde ich, und vielleicht ein bisschen kleiner, aber die haben eine enorme Ähnlichkeit. Das ist wahrscheinlich auch ziemlich klischeehaft. Ähm, und bei welchem anderen Schauspieler habe ich das noch gedacht? Also wenn nicht mehr unter uns ist, ist es ja Dennis Hopper, ja. Dennis Hopper und irgendeinen hatte ich noch gedacht. Ach so, James Gandolfini wahrscheinlich. Ja genau, James Gandolfini. Und bei James Gandolfini habe ich so die ganze Zeit gedacht, oh, der hat später auch sein, sein Reichtum genossen, konnte sich dann erlauben, eine kleine Wampe, die um den Wohlstandsbäuchleinen sich zuzulegen. Ja, genau, so, und damit sind wir auch schon schön weit weg vom Film und haben mich jetzt erstmal schön rumschlägelt. Wir sind ja mittendrin und gehen mal davon aus, dass uns sehr viele Menschen zuhören, die den Film schon mal gesehen haben. Ja. Für die wenigen, die den noch nicht gesehen haben und ein Interesse daran haben, jetzt aufgezählt zu bekommen, wer jetzt alles stirbt, das kriegen wir auch in den ersten 10 Minuten noch drunter. Also ihr seht ja die Castliste und die könnt ihr einfach durchgehen. Ja, die Wahrscheinlichkeit, wenn ihr auf irgendwen da drauf tippt, dass der im Film stirbt, ist ziemlich hoch. Also er setzt einfach jeden Namen durch Sean Bean und ihr wisst, wie dieser Film ausgeht. Genau. Und würde es nach Quentin Tarantinos Drehbuch gehen, um das jetzt den Spoiler mal komplett zu machen, dann wären auch noch weniger am Leben am Ende. Also das war das Einzige, was ich mich tatsächlich gefragt habe, nachdem Samuel L. Jackson weg war und Gary Oldman auch auf Wiedersehen gesagt hat. Da war mein Gedanke, okay, wer kommt hier überhaupt eben durch? Also wenn die Credits kommen sollten, ist dann noch jemand am Leben und als dann Mad Dog, Zimmer 211, als die dann rein sind, da war mir der Gedanke, okay, so wie das jetzt positioniert ist, machen die hier halt Mexican Stand-Off. Jeder trifft, trifft jeden, nur rein zufällig werden zwei oder drei überleben und ich kann mir denken, wer und so ungefähr war es auch. Ohne das jetzt irgendwie, also einfach nur als Feststellung, kein Positiv oder Negativ. Ja, um natürlich jetzt beim Film wieder zu bleiben, eine sehr unterhaltsame Achterbahnfahrt, hat mir durchaus Spaß bereitet. Ein paar Mal habe ich so gedacht, also zum Beispiel I got the part, wenn er den Anruf kriegt, also klar diese Zeile sagt er, aber so dieses, ja okay, ich kann mir denken, was jetzt wohl passieren wird. Ist das jetzt gut oder negativ? Oder ist das einfach dieses Gefühl, dass die in Anführungszeichen oberflächlichen Merkmale, die ich Tarantino zuschreiben würde, eben so doll da drin sind, dass mir quasi durch meine kleinen Erfahrungen der anderen Tarantino-Regiefilme bewusst ist, jetzt wird so und so ungefähr was passieren. Also du hast natürlich diese ganzen Filmzitate und Film wird gezeigt und Film spielt ab und Film läuft im Hintergrund oder im Vordergrund und lauter Filmtitel werden um sich geworfen und am Anfang des Films wird in einer Bar darüber geredet über Sex und über einen berühmten Musiker oder eine berühmte Musikerin dann eben und eben ja, immer wieder Dialoge, Dialoge, Dialoge und extreme Gewalt und ja, wie gesagt, das, was man finde ich oberflächlich ganz schnell, sagen kann, das ist doch typisch Tarantino oder was, das ist doch typisch Tarantino, diese Sachen. Ja, ich meine, was ich für mich, also wenn wir das jetzt einfach mal aufgreifen wollen und uns wirklich einfach schenken, dass der Plot wirklich auch eh ziemlich dünn ist und es im Grunde genommen nur ein Vorwand ist für eine Reihe von Szenen und da gibt es so für mich das, was ich so eine typische Tarantino-Szene nennen würde, ist beispielsweise die Szene, wenn Dennis Hopper, der Vater von Clarence und der Hauptfigur, Besuch bekommt von Christopher Walken, der sich schon mal gleich als der Antichrist so ein bisschen vorstellt, den er ja sowieso fast, ja, urtypisch verkörpert. Wo hat er den nochmal gespielt? Bei... Gods Army oder... Ja, stimmt, Gods Army. Ja, Prophecy. Prophecy, genau. Ja, stimmt, genau, mir war so. Irgendwas habe ich da mal gesehen. Eine dieser deutschen Filmtitel, die dann nochmal einen besseren Englischen versuchen wollen. Ja, und das ist so ein Moment, in der, also letzten Endes ist das ja auch super dünn, worum es dort jetzt eigentlich geht. Christopher Walken, da ist gar kein Zweifel daran, dass er nichts unversucht lassen wird, die Informationen rauszubekommen. Er sagt ihm vor allem, du kannst dem Gott und den Engeln im Himmel sagen, du hast nie jemanden dichter gesehen am Teufel als die Person, die dich umbringt, oder die kills you, oder wie er das sagt. Und dem Moment ist er auch völlig überraschungsfrei, was jetzt passieren wird. Jeder, der noch irgendeinen Gedanken hat, dass dieser, dass Dennis Hopper hier noch lebend rauskommen könnte, nein, es sei denn, man hat noch keine Filme vorher gesehen und denkt, na, vielleicht ja doch. Nein, ich meine, ich würde schon behaupten, also ich nehme mir den Gag quasi ernst, wenn er dann am Ende sagt, I killed nobody since 1984, dass der schon normalerweise so viel Druck am Anfang aufbaut, dass gar keiner auf die Idee kommt, ihm jetzt noch blöd zu kommen. Ja, ja. Also gar kaum, kann man gar nicht mal unterschwellige Bedrohung nennen, sondern irgendwie ist klar, gleich knallt so richtig. Und diese Steigerung, ich finde, man merkt natürlich auch, dass das jetzt Tony Scott gar nicht mal so gelingt. Also der kommt dann auf die Idee, dort diesen schönen, klassischen, dieses Musikstück runterzupacken. Ich habe gerade vergessen, wie es heißt, aber es ist recht berühmt, berüchtigt und Tony Scott hat das auch schon in Begierde, The Hunger, auch schon verwendet, wenn sich Caspian Deneuve und Susan Zuwenden lieben. Ähm, da wollte ich mich richtig mit Susan Zuwenden. Ja, doch. Okay, wieder zurück. Das heißt, da wird also viel geredet und in diese, also das ist quasi statt, dass es eine Actionszene gibt, in der Leute aufeinander schießen oder sich treten und kloppen oder wie in einem Kung-Fu-Film, wie es Tarantino ja offenbar auch so liebt, duellieren sie sich mit Worten. Und das mit einem hohen, sehr bösen Wortwitz. Also das ist für mich so typisch, das verbinde ich immer mit Tarantino. Das glaube ich, also nehme ich irgendwie auch so wahr, dass das wahrscheinlich auch so dieser innovative Teil in den Drehbüchern gewesen ist, der in Hollywood dann einfach auch schnell Aufmerksamkeit erzeugt hat, weil, hey, geil. Also die Schauspieler werden uns dafür die Füße küssen, die Leute werden einen Riesenspaß haben im Kino. Also es setzt eben nicht darauf, dass es immer abgefahrenere Sets oder Ufos braucht, um sozusagen... Wo es nur Schauspieler gibt. Ja, ich finde das eigentlich interessant. Und ich finde es auch interessant, dass Tarantino in seinen eigenen Film das noch viel weiter auswalzt und so stark zelebriert, dass es ihm ja gelegentlich auch wieder auf die Füße fällt. Oder zumindest Leute beispielsweise von Hateful Eight dann doch zunehmend frustriert werden, weil er das immer weiter steigert sozusagen. Diese monologartigen Duelle. Ich habe daran immer eine große Freude und merke, dass ich das auch brauche, dass es diesen langgezogenen Rhythmus bekommt. Tony Scott ist da ein bisschen flotter unterwegs. Also einmal war er gerade natürlich sehr clever von dir verpackt mit Auswalzen in diesem Zusammenhang. Ja. Und das Interessante bei der Szene ist dann, finde ich, aber auch die Pointe, Pointe, also einmal dieses 84 und dann aber auch hier übrigens an der Kühlschranktür. Achso, ja gut, dann haben wir alles. Also auch dieses ganze... Ja. Und der Teufel baut sich auf und dann, übrigens hier ist ein Zettel. Alles klar, gut, dann haben wir das ja. Und so wibbelt es in Two-Romans eigentlich vor lauter Szenen, die sozusagen eigentlich das Unvermeidliche, also immer weiter hinaus zögern. Der Moment, wenn Alabama in Gefahr gerät, weil sie von Clarence mal kurz alleine gelassen wird, wird eben einfach ein... enthält den Monolog eines Mörders, der darüber siniert, wie es ist, den ersten Mord zu begehen und wie es danach immer leichter wird. Fand ich auch in der Hinsicht dann wieder interessant, weil ich so dachte, ich glaube nicht, dass sie stirbt. Okay, jetzt nutze ich diesen Korkenzieher. Ja, und dann wird das aber auch wieder interessanter aufgelöst, als ich gedacht hätte, weil ich dachte, na okay, jetzt nutze ich die Chance, wenn er so nach vorne und weggedreht ist von ihr und dann sticht sie ja immer ordentlich zu, aber nee. Und dann entwickelt sich die Szene trotz allem ungefähr so, wie ich das eben erwarte, im Sinne von, sie kommt doch irgendwie davon. Aber, also der Ausgang der Szene so, aber wie der Verlauf dann ist, das kam dann doch ein bisschen unerwartet. Ja, und ich habe auch zwischendurch, ich glaube, nach der Samuel L. Jackson Szene, habe ich dann kurz überlegt, okay, ist das jetzt quasi so eine Art Kurzfilme, was ja dann hier spätestens bei Simpsons ja dann war, dieses, okay, 21 Dinge, die gerade in Springfield passieren und irgendwie werden diese Geschichten am Ende alle zusammengeführt. Oder funktioniert das, dass wir eben sehr viele einzelne Szenen haben, die dann irgendwie durch die beiden Schnittleute ordentlich zusammenkommen und daraus eben ein flüssiger Film entsteht. Und ja, das ist aus meiner Sicht durchaus gelungen, aber das war so ein Punkt, wo ich eben so, ja, weiß ich nicht, 20 Minuten, halbe Stunde ungefähr drin, habe ich da mal kurz drüber nachgedacht, okay, und jetzt werden wir gleich wieder einen kompletten Szenenwechsel haben und da wird eine lange Dialogszene und dann wird geschossen oder gestorben oder beides. Dann haben wir wieder eine neue Szene und so weiter. Ja, es gibt so zwei, drei Momente, in denen mir auffällt, dass das gar nicht, also für mich sich nicht so fluffig sich zusammensetzt. Also ich glaube mal so ein Beispiel ist, wenn Clarence ist bei seinem Vater, mit seiner Frau, mit Patricia Cat und es gibt quasi die erste Sequenz, sie sagen mal Hallo, dann schneiden wir zu der Sequenz, wo wir erstmalig Dick Ritchie, also wo wir noch nicht wissen, dass das der beste Freund von Clarence ist, wieder bei einer Audition ist, bei einem Casting. Und das ist an sich eine ganz witzige Szene, die so in sich funktioniert, also das wäre wirklich perfekt für dieses Kurzfilmbeispiel, die ist wirklich von Anfang bis Ende alles erzählt, das ganze Setting, also das funktioniert schon so, also für sich als Szene. Und wenn dann aber danach, dann ist quasi ein paar Stunden später, weitergeht beim Vater mit Clarence und Alabama, dann bin ich so ein bisschen, oh, ist schon ein bisschen gewagt, das da einfach so dazwischen zu schieben. Und dann muss ich mich daran erinnern, dass ich das jetzt im Vorfeld nochmal gelesen habe, dass Quentin Tarantino auch dieses Drehbuch, so wie ja fast alle seine späteren eigenen Filme ja auch, nicht chronologisch zusammengesetzt hat. Also er hatte dazu, also schon auch wieder mit Kapiteln, also mit Episoden und die nicht chronologisch. Und ich merke so, das Ding ist hier natürlich gnadenlos auf Chronologie getrimmt und ich glaube, dass das so ein paar Momente sind, da wo es mal nicht so richtig flutscht und nicht so richtig weich zusammengeht, da liegt das glaube ich daran, dass man eigentlich die ursprüngliche Struktur sozusagen nachträglich wieder begradigt hat. Und ich glaube, dann hauen manche Szenen so nicht mehr hin. Also, was ich damit meine ist, ich finde, das Schöne ja ist, wenn du sozusagen nicht chronologisch erzählst, hast du ja in der Regel, also empfinde ich das ja immer als einen Gewinn, wenn mit einer interessanten Idee zwei Szenen aufeinandertreffen, die in der Chronologie nicht zusammengehören, aber vielleicht im Thema oder im Kontrast, wie auch immer, sie resonieren so miteinander. Und ich finde, das Beispiel, das ich meinte, finde ich, ist halt ein schönes Beispiel, wo das nicht, da passiert einfach nichts. Also, weißt du, was ich meine? Ich sehe halt eine Szene mit einem Casting und ich sehe nochmal die nächste Szene beim Vater und ich weiß eigentlich nicht, warum das davon unterbrochen wird. Und könnte ja jetzt auch im Nachhinein wirklich beim besten Willen nichts herbeiführen, außer dass ich schon verstehe, man muss mal die Figur eingeführt haben, dass man zu der irgendeinen Eindruck hat, wenn Clarence den das erste Mal anruft. Ja, die Frage wäre natürlich gewesen, wenn man es jetzt andersrum gehabt hätte oder wenn die Szene nicht dabei gewesen wäre. Also, wenn er erst gesagt hätte, ich gehe zu meinem besten Freund, dann wird die Szene von dem besten Freund gezeigt oder sie wird eben gar nicht gezeigt, weil sich aus den Telefonaten dann noch ergibt, er ist Schauspieler oder so. Es ist die Expositionsszene von dem Jungen und das wird schon fehlen für den Rest. Also, wird ja immer wieder darauf Bezug genommen und ich meine, ich finde, das ist insgesamt eine ganz schön redundante Figur, wenn man das jetzt nochmal so weiterspinnen. Ich vergesse zum Beispiel übrigens immer, was dem im Finale passiert. Ich habe den Eindruck, der liegt da noch und wartet, dass er gerettet wird. Ah ja, okay. Also, habe ich auch kurz, die beiden gehen weg, er wird dann wahrscheinlich immer noch da unter dem Tisch kauern und warten, bis alles vorbei ist, so ungefähr, oder bis ihn jemand findet. Aber, ne, also, außer, dass er quasi diesen letzten Plothaken sozusagen ins Laufen bringt, also die Verbindung zu dem Produzenten und Drogenbosse aufbaut, ist das, ja, also ist der wirklich überflüssig so. Also, das, also, das finde ich immer so ein bisschen schade, wenn das so ist, ne, also, wenn ich sozusagen, eigentlich, ich freue mich, wenn der Vorspann losgeht und diese ganzen Namen da stehen, denke ich, ach ja, richtig, stimmt, das ist ja so ein schöner, bunter Strauß. Und dann ist das schon, für mich, merke ich das, also, das ist, also, gerade bei der heutigen Sichtung, das ist schon viele Jahre her, dass ich den das letzte Mal gesehen habe, ist das schon ernüchternd, dass das so, ja, es ist halt eine Figurenparade, aber, also, ohne Schmerz für den Plot könnte man da Sachen rausschmeißen, aber das Interessante ist, dann würde auch sonst gar nichts mehr funktionieren. Also, mir ist schon auch klar, dass der Reiz von diesem Film darin liegt und ich habe dir aber jetzt gerade gerne am Anfang zugehört, was so deine Sachen sind, an die du dich so zuerst erinnerst. Nun, ich erinnere mich selber auch an mein erstes Sehen, da ist mir die Musik genauso aufgefallen, wie dieses Rätselraten, was um Gottes Willen hat dann der Kilmer, der da irgendwie an vierter Stelle im Vorspann steht, was war dann bitte seine Rolle? Ich habe das am Anfang auch nicht geschnallt, zumal ja, da habe ich gelesen, dass der Film, die Produzenten ganz bewusst dort nicht schreiben, Elvis ist, sondern Mentor, weil wir hätten da so einen Stress mit den Verantwortlichen, den Managern, das Erbes von Elvis vorbekommen. Also, als wäre das irgendwie, als hätte man das missverstehen können, als irgendjemand anders. Ne, genau, also das Ding, das ist schön, das wieder zu sehen und ich will jetzt mal nochmal einmal die Dramakurve nochmal ein bisschen hochschieben. Gerade, weil du das so nochmal erzählt hast, da, wie, wie, was passiert, wenn, wenn Alabama sich gegen, äh, den, den Mörder dort wehrt, den Auftragskiller. Oder, als das dann so eine entfesselte Gewaltorgie wird, die danach genauso weggelächelt wird, wie alles andere auch und ich eher auch das so verstehe, als so ein, ähm, äh, zynisch überspitztes, ähm, Actionmärchen, so, ne, also ich finde, ich sehe ja, ich finde, es gibt ja kaum was, wo der Film mir irgendeine Realität vorgaukelt, also denke ich auch über die gar nicht nach. Aber ich hab gemerkt, als das so wieder so explodierte von meinen Augen, ich weiß noch genau, wie ich das in meiner Jugend ganz groß gefeiert hab, für mich war das überwältigend, hab ich so, hab ich das noch nie gesehen, für mich hat dieser Film jede Menge Grenzen überschritten, ne, die ich überhaupt gar nicht wusste, dass ich die hab, so, ne, also, oh, ist das krass und was damit, wie er die verprügelt und so und ich hab die Frau geliebt, also ich hatte volle Sympathie und dachte, die sind das geilste Paar ever, ne, und heute gucke ich das und ich ich merke, ja, ich, ich verabschiede mich immer weiter ein Stück, äh, von meiner Jugend, wenn ich das sehe, denke ich, das sind, das, 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 da, da ist keine Chemie zwischen denen, das ist aufgesetzt, das ist, das ist einfach nur, wirklich nur erbärmlich, zynisch, was die da, äh, wie die sich da durch die Welt bewegen, ne, also, ich, ich merke, mir bleibt das Lachen im Halse stecken, das tut's schon, wenn, wenn, wenn Cal Levins sein, 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 sich den Burger reinmampft, nachdem er Drexel erschossen hat, ne, aber wenn dann, äh, äh, Alabama dort dieses Blutbad, also, nachdem an ihr ersten Blutbad vollzogen wird und sie dann das nächste anrichtet, also ich merke so, ich, ich finde, der Film hat sich das überhaupt nicht verdient, in solche Extreme zu gehen und das ist nur eine Perspektive, das ist sozusagen eine extrem humorlose Perspektive auf einen Film, der auf jeden Fall nicht ernst gemeint ist. Ja, naja, dieser Punkt mit der Gewalt, oder du sagst eben, ne, actionhaft überzeichnet oder überspitztes Männchen, also, ich finde durchaus teilweise die gezeigte Gewalt glaubhaft, auch wenn es immer wieder dieses völlig überzeichnet, überdrehte, super inszenierte geht, also gerade dieser finale Shootout, äh, wenn das Tom Sizemore dann noch drei Pirouetten drehen darf, äh, und die, die, äh, Federn durch die Luft fliegen, das ist natürlich so, wo ich denke, ja, das ist halt so, pfüt, aber gerade wenn, ja, einfach bei James Gunnar Finney, wenn er eben die, die, äh, die Kloplatte da, den, also diesen, von, von dem Wasserbecken auf, auf dem Hinterkopf kriegt, das wirkt schon wieder so wie, okay, es hätte jetzt auch kaputt gehen können beim, äh, auf den Kopf knallen und er hätte noch, äh, machen können oder sonst was, aber das war so, klong, okay, das ist glaube ich, dass das Hand ganz schön doll wehtut, ne, oder auch wenn, ja, mit dem Fuß pieken, er ist so gemischt, da ist vielleicht die, das dann danach, das rausziehen sozusagen, das wirkt dann schon wieder überzeichnet, aber der Moment selbst ist schon so ein bisschen, aua, ja, also, die ganze Szene ist auf aua ausgelegt, auch wie der, der am Anfang verprügelt, ja, also, das, also, das, ja, aber, also, genau, er schlägt sie, ne, wo ich auch sage, aua, und dann kommt halt sein, sein, sein Spielerei im Gesicht, was so dieses, die Augen einfach nach oben rollen, so, was das dann wieder eben, ne, diesen, vielleicht versuchten Humor, oder, ein bisschen schmunzeln muss ich dann eben auch, so wie, ja, 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 und Dennis Hopper sich natürlich auch anginzen, was auch glaubwürdig ist, äh, Also, oder andersrum, ich glaube, in einem Tarantino-Film wäre das irgendwie entweder noch mehr auf die Spitze getrieben oder über die Spitze rüber noch, äh, ja, ich glaube da, ja, das könnte es vielleicht sein, dass Tarantino, wenn er sich selbst dann verfilmt, noch genauer weiß, wie er sich das vorgestellt hat, logischerweise, selbst geschrieben hat und deswegen das unterschiedlich wirkt, weil er ja auch Szenen drin hat, aber da ist es eben auch so, dieses wirklich übertriebene, dass du dann auch lachen kannst oder vielleicht auch musst, einfach, weil es so absurd ist. Ja, ich meine, also, die extremen Blutbilder, die gerade in den letzten beiden Filmen, in den beiden Westernen von Tarantino angerichtet worden sind, die, die, die kannst ja wirklich kaum noch überbieten und die, äh, toppen auf jeden Fall nochmal das, was hier passiert, aber dennoch, äh, äh, also wirkt das, äh, also vielleicht, weil es sich hier auch nochmal wirklich auch mit Tony Scotts Werbeästhetik mischt, das ist schon auch nochmal krass, ne, also, also gerade in dieser Szene mit James Gunnar-Film kommt das ja besonders stark zur Geltung, also, es ist ja wirklich gefilmt, also es könnte jetzt auch eine Sexszene werden, so, ne, also es ist alles so ein bisschen schwülstig und, und so ein bisschen im Gegenlicht. Ja, allein die, die Inszenierung der Sexszene auch, ah komm, spann mal ein weißes Laken hinten auf, die beiden machen wir dunkel und dann geht das los hier. Ja, leichter Blaufilter rein, ist interessant, dass das wirklich fast eins zu eins aussieht wie die Liebesszene in Top Gun, oder? Ja, ich hab auch überlegt, jetzt brauchen wir nur Take My Breath Away, reicht schon. Ja, würde funktionieren, könnte man als Gag bringen. Was haben wir aus der Take My Breath Away noch? Oh, komm mal durch hier. Ja, da merkt man schon so einiges. Also, ich merke sozusagen, also, ich sehe eigentlich diese beiden Menschen, die beiden Hauptfiguren, heute in einem ganz anderen Licht. Also, ich merke, ich kann die nicht mehr, ich kann die nicht mehr so ohne weiteres in mein Herz schließen und ich merke, dass mir dann auch der Widerhaken eines Nicht-Happy Ends auch irgendwie fehlt und mich das eher irritiert, dass es, dass es so, so schön ist. Und ich sag dir das nochmal, also, ich hab wirklich mit 13 davor gesessen, genial. Mit Verbrechen kommt man nicht davon, egal wie sympathisch oder unsympathisch vielleicht die Hauptfiguren sein mögen, am Ende müssen die Mörder oder die Bösen immer sterben, egal was ist und hier ist es eben anders und deswegen ist das doppelt und dreifach eben so merkwürdig. Und für mich ist, dadurch, dass ich Christian Slater sehe, muss ich immer an unsere Headers-Folge denken, vergleiche ich auch, hab da irgendwie so mal versucht, so einen Haken zu spielen, weil ich hab ganz lange das Gefühl noch gehabt, so, ja, okay, vielleicht entwickelt sich das jetzt doch noch und die Alabama, okay, wir haben jetzt eigentlich ihren Hintergrund mit dem Pim schon abgehandelt, aber vielleicht ist sie doch noch irgendwie eine femme fatale oder so mäßig irgendwie. Also, es wirkte für mich, ich hab ganz lange so gebraucht, ja, mich irgendwie darauf einzusetzen, so ein bisschen von, Moment, will er mich nochmal irgendwie in die falsche Richtung führen und, also, weil das so ganz viel so passierte einfach und ich dachte so, ja, nee, ist das jetzt ernst gemacht? Dann kam auch noch ihr Voice-Over und ich so, was? Ist das alles, was sie so erzählt? Oder, also, ich hab so gedacht, vielleicht ist auch ganz am Ende, sie nimmt ihre blonde Perücke ab, sagt, hey, ich bin übrigens auch ein Undercover-Combo oder sowas und jetzt haben wir dich oder, also, ne, passt zwar nicht, aber irgendwie sowas hab ich fast noch immer irgendwie vermutet im Sinne von, ah, vielleicht zieht er mir doch nochmal die Füße komplett weg hier. Ja. Oder so, und zwar. Ich mein, das ist ja so mit genug Abstand, ist das ja eigentlich auch das Schöne an dieser Geschichte, dass da in so einer, in so einer durchtriebenen Welt die Liebe zwischen diesen beiden ist so pur und echt und, also, man mag an ihr zweifeln, vielleicht sogar auch aus guten Gründen so, weil, hallo, was, wie, was ist das für eine Ausgangskonstellation, das kann doch gar nichts werden. Also, der Freund hat sie zu Geburtstag eingekauft und dann passiert das und dann sind sie am nächsten Tag verheiratet, weil der Film das so schön feiert, das, nee, das ist, darauf könnt ihr euch verlassen, das ist total echt und pur, das macht es ja irgendwie sympathisch, das ist auch das, wo ich so merke, ich weiß schon auch, warum mein Herz mal ganz doll für den Film geschlagen hat, aber ich muss das schon auch so zur Kenntnis nehmen, dass das nicht mehr im gleichen Maße funktioniert, also, ich bin, ich bin, ich meine, ich finde das dann auch schon wieder irgendwie unterhaltsam, aber es ist schon verblüffend, wie, wie abrupt, äh, äh, und, 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 und Klischeebeladen dann einfach mal eben diese beiden Cops, äh, plötzlich im Film da sind und das so vorrastreiten. Das ist auch wieder so dieses, wo ich so denke, naja, jetzt ist es gerade wieder hier, der nächste Kurzfilm hat gerade angefangen, ne, jetzt kommen wir hier, das heißt, wir machen Chris Penn und tanzen hier einen ab. Und ich will auch, finde auch, dass der Wortwitz wirklich grandios ist und habe an dem, also viel Spaß und mag das sehr gerne auch auf Englisch hören, ich glaube, den hatte ich noch gar nicht so präsent auf Englisch, also ich höre noch die deutsche Synchro viel stärker raus, weil den habe ich bestimmt, reichlich oft gesehen. Also da muss ich dann auch wieder sagen, ist der Schnitt, äh, grandios, gerade eben, wenn dann dieser, wenn, wenn sie eben, seinen Namen habe ich vergessen, also den Mittelsmann auf Filmproduzentenseite, äh, Elliot, Elliot, genau, Elliot, wenn sie eben Elliot treffen und dann immer dieses Hin- und Herschneiden zwischen den Cops, Elliot und diese ganzen Szenen, also das, das fand ich beeindruckend, ja, auf jeden Fall. Ja, he's killing him. Ja, he's not gonna kill him, he's fucking him. Ja? Oh, he's killing him. Ja, ja, ja. Ja, das war ganz, ganz, ja, genau, und das war auch so dieses, ah ja, genau, Chris Penn und Tom Seismos stand auch beide zusammen im Vorspann, glaube ich, ja, ja, genau, deswegen tauchen die auch jetzt in einer Szene auf. Also das war schon, ja. Kennst du eigentlich Badlands von Terrence Maddox? Hab ich noch nicht gesehen, nein. Okay, das ist nur, das wird dann eine schöne Entdeckung für dich, wenn du denkst. Ist das der mit, äh, Sissy Spacek und Charlie, nee, Charlie Martin, schien im Auto irgendwie, fahrt ihr. Wie heißt der auf Deutsch? Verlorene Träume, zerschossene Träume? Zerschossene Träume. Irgendwie sowas? Aber glaube ich auch nur im Untertitel, oder? Ich habe mir gerade vor, wie der Film über zerschossene Träume steht. Na jedenfalls ist das ganz interessant, wie der mit einem Voice-Over der jungen Frau anfängt, mit einem Glockenspielklang, den ich fast eins zu eins, glaube ich. Also ich glaube, es gibt irgendein klassisches Ding, das Hans Zimmer genauso zitiert wie Terrence Malick, seinen Komponist bei Badlands. Und das ist ganz interessant, dass das so eine Parallele aufmacht. Und wir sind schon in der Welt von Bonnie und Clyde oder Badlands oder Nature One Killers. Ich finde das gerade mal irgendwie interessant, wo das herkommt, diese Faszination mit einem Paar unterwegs und quasi schwer bewaffnet eigentlich nichts anderes will, als so ganz für sich so den eigenen kleinen Traumleben. Ich meine, schwer bewaffnet ist doch auch gar nicht unbedingt zutreffend. Der hat seine Pistole. Ja, das stimmt. Im Extremfall kannst du auch umdrehen. Du, unsere Zielgruppe, das sind so zwölf bis vierzigjährige Frauen und denen präsentieren wir hier die größte Liebesgeschichte aller Zeiten. Das ist Dr. Chivago, was hier jetzt kommt. Okay, jetzt habe ich natürlich das Problem, dass ich mich an Dr. Chivago nur noch ganz, ganz komisch erinnere. In Klammern, ich habe ihn vielleicht einmal irgendwann gesehen. Aber einfach, du hast eine Liebesgeschichte. Es ist im Kern, ist es eine Liebesgeschichte von Mann und Frau, die alles überwindet, was da auch kommt. Gut, dass das jetzt mit Schießerei und Blut und böse Schimpfwörter und Unterwelt ist, das ist dann vielleicht nicht ganz unserer ersten Zielgruppenidee entsprechend. Aber das ist es im Kern. Ja, und es stimmt schon auch, dass, also weiterherum ist das sehr offensichtlich, dass die beiden erwidern nur die Gewalt, die ihnen entgegenkommt. Also sie sind in der Regel nicht die Auslösenden. Also natürlich, klar, wäre die Frage, wenn sie sagt, nein, Erdbeimer selbst wurde nicht geschlagen und er sagt, okay, dann bringe ich ihn um. Auf welche Gewalt reagiert er dann genau? Er kann das nur annehmen. Also wenn ich jetzt ganz... Nee, das ist richtig. Man könnte jetzt sagen, wenn Clarence da zu Drexel nicht hingegangen wäre, wäre alles andere nicht passiert, nicht? Aber in dem Moment, für mich geht er da noch nicht hin, die Eier wegzuschießen. Sondern das ist etwas, was in der Situation... Also der wäre da mit dem Koffer rausgegangen. Clarence? Clarence hatte vor... Mein Verständnis, auch gerade nach dem Gespräch mit dem Mentor, war, dass er den Nubs abnöbeln lässt. Also ich weiß nicht, ob er es direkt sagt oder ob er es zumindest im Unterton anklingt, im Sinne von, er muss weg, sonst verfolge ich das für ewig. Nee, du hast schon recht. Also der Mentor würde mir da jetzt widersprechen. Ich glaube, ich denke irgendwie, also... Keine Ahnung, er geht ja nicht rein und schießt dem in den Kopf oder so. Er geht da nicht im Killermodus rein. Aber okay, das ist schon definitiv da, wo das nicht so deutlich ist. Aber die Extremität, mit der die reagieren, hat immer wirklich auch was damit zu tun, mit was sie konfrontiert werden. Und also Alabama rettet ja wirklich quasi, verzweifelt einfach ihre Haut und dann geht es halt drüber, so wie dieser Mann über alle Grenzen drüber. Es war übrigens auch noch so eine Sache, wo ich gedacht habe, okay, das ist Samuel L. Jackson. Was ist Samuel L. Jackson? Das ist ganz schön doll abgeknallt worden. Aber vielleicht, dadurch, dass er so einen Mantel anhatte und den Hut auf, vielleicht hat er eine Schutzweste getragen oder so und der taucht nochmal auf und man dann feststellt, nein, das war seine Szene, Punkt. Da musst du ihn mir auch sehr zusammenreißen, da wollte ich irgendwie auch so zu dir irgendwie so eine Bemerkung machen, die dann schon andeutet, genieß sie eine Minute. Ich wusste, damals hatte ich sogar auch Schwierigkeiten, den zuzuordnen. Da habe ich den nicht sofort erkannt. Also wenn man das nicht weiß, könnte man das auch... Also der ist ja wirklich fast verkleidet. Du, wie gesagt, also wenn jetzt der Filmtitel nicht gerade konkret ausgesprochen wird, kann ich mir auch vorstellen, dass hier genug Zitate, sowohl eben wie das Hamlet-Zitat, was ja immer kommt hier, Rotten, Denmark, gibt es auch genug Sachen, die ich mir sehr weit nicht erkannt habe. Also würde ich mir gar nicht vorstellen, gerade Tarantino, der quasi wahrscheinlich jede Szene... Kennst du denn noch nicht die drei Streetfighter-Filme? Nicht komplett. Nur die paar Szene von Clarence. Nee, die habe ich auch noch nicht gesehen. Nee, aber genau, also ich denke, da steckt ja auch noch mal. Ich habe gerade nochmal, es gibt ja sehr ausführlich Deleted Scenes auf der Blu-ray, die bei mir rumsteht. Dort gibt es dann zum Beispiel auch sehr oft Szenenerweiterungen, wo einfach die Dialoge noch ein bisschen weitergegangen werden und zum Beispiel auch der im Kino und der wird dann dadurch unterbrochen, dass dann Jack Black mit dem Hund an der Hand ins Kino kommt und dafür sorgt, dass die Leute zwischendurch auch mal rausgehen. Also das fand ich auch sehr interessant, als der noch ein totaler Unbekannter war, tauchte der da schon mal so kurz auf. Und so gibt es zum Beispiel, ist dann die Szene mit Samuel L. Jackson auch noch ein bisschen länger, aber es gibt keine. Also ich glaube, das ist zum Beispiel auch so ein Gedanke, der mir immer wieder kam, so dieser, ich habe einfach diesen Blick von hinterher. Also ich frage mich, wie der wohl gewirkt hätte, wenn ich jetzt eben vor allen Dingen gerade sowas wie Pulp Fiction oder eben weitere Tarantino-Filme nicht kennen würde. Wie das dann wäre, ob ich dann, boah, ja und so denke ich halt immer, was ich eben eingangs sagte, also die anscheinend, die einfachen Tarantino-Merkmale zumindest, die sofort aufploppen und so eine Sachen, wo glaube ich dann. Ja, also ich weiß, das ist einer von diesen Filmen, ich glaube, das habe ich ja auch schon öfter gesagt, das ist glaube ich auch so meine Art gewesen, durch das Medium Power S war das halt total schön, dieses, der Film stand manchmal einfach immer an der gleichen Szene so im Regal so und wie oft ich diese Szene mit Dennis Hopper, Christopher Walken gesehen habe, weiß ich wirklich schon nicht mehr und also das ist auch ein Film, den ich immer wieder so szenenweise genossen habe und das hat damals tatsächlich sehr stark so eingeschlagen, das hat einfach eine Wirkung hinterlassen, weil also irgendwann dämmerte mir so, da wird ganz schön viel gequatscht und die Action-Sequenzen sind verhältnismäßig kurz im Vergleich jetzt zu einem Stück langsam oder so, die ja sozusagen davon sozusagen profitieren, ist es hier eine andere Qualität. Die hat mich auf jeden Fall neugierig gemacht, aber interessanterweise hat ja dann Pulp Fiction bei mir nicht gezündet so, obwohl das eigentlich irgendwie ja recht nah gelade ist. Du bist ja verborgen, da noch eine viel bessere Geschichte erzählt. Ja, genau. Also das ist für mich immer noch so ein bisschen, ja, für mich immer noch ein bisschen schwer einzuordnen und ich weiß auch nicht, wie, also ich glaube, ich habe am Anfang von Quentin Tarantino auf jeden Fall noch keinen Schimmer gehabt, also im Sinne von, aber ich meine, ich muss gerade überlegen, das war schon die Zeit als Pulp Fiction, das ging ja dann doch recht schnell und sich überlegt, 92 Reservoir Dogs, 93 Tour Womans und 94 ist dann schon Pulp Fiction, oder? Also 96 ist. Also ich ordne ihn irgendwie so 94, 95. Ja, ja, das kann auch sein. Na jedenfalls ist das, also kommt das dann sehr schnell und der hatte ja mit Pulp Fiction, gab es ja dann schon sofort diesen Status, also dann wussten auf einmal, wussten verdammt viele Menschen, dass es da einen Tarantino gibt und dass der berühmt-berüchtigt für seine popkulturellen Zitat-Orgien in gewitzten Dialogduellen, dass er dafür steht, so das war irgendwie dann recht schnell präsent. Und interessanterweise, ich deswegen den Film wie Jackie Brown es so richtig doll dadurch mögen konnte, weil der nicht so wirkte, als wenn der nur davon leben würde, sondern plötzlich hatte ich auch mit Figuren zu tun, die mich wirklich interessiert haben, wo ich überrascht war, dass ich für so einen alten Knacker, für einen Schauspieler, den ich damals nicht gekannt habe und so einer etwas abgehalfterten Schwarzen namens Pam Greer, also das war so, das war eine Überraschung für mich, dass ich da total für mein Herz dafür geschlagen hatte. Ich frage mich, ob es eine Welt gibt, in der es Menschen gab, die dachten, oh, True Lies, da gab es doch mal True Romance, sonst ist das jetzt der zweite Teil. Und, pass auf, super Überleitung, True Lies ist ja mit Arnold Schwarzenegger und ich glaube, unser bisher jüngster Film war ja Terminator 2 und das müsste dann jetzt abgelöst sein durch True Romance, der jetzt von 93er ist. Bam. Jo. Ich widerspreche einfach mal. Einfach mal stehen lassen. Diesen US-Film werden wir auch immer jünger. Das kann ich nicht so viel sagen. Ja, True Romance, also der wird bei mir auf jeden Fall noch nachwirken, wenn ich jetzt gleich mit dem Fahrrad nach Hause fahre. Das weiß ich schon. Auch schon. Ja, 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 ja. Ja, ich merke, ich bin ein bisschen wehmütig, weil ich mich noch gut erinnern kann. Möchtest du wieder zurück? Ja, ich mache das einfach mal, um das vielleicht irgendwie einzurücken. Also meine erste Begegnung für True Romance bedeutete, in die Videothek zu gehen und die Möglichkeit zu haben. Und das immer wieder wegstecken, sie dürfen noch nicht in die 18. Abteilung. Genau, das tatsächlich, aber der Trick war dann tatsächlich, wenn du sozusagen eine Videotheken-Ausleihkarte, ich weiß gar nicht, das habe ich vergessen, ob es dann die von den Eltern war oder dass die Eltern einfach nur unterschrieben haben, dass er sozusagen, dass ich alles ausleihen darf, also außer Pornografie. Oder ich glaube, weißt du was, soll ich mal was sagen? Ich glaube, ich habe, der andere Trick war, und so ist auch die SB-Inventure Romance, man konnte ja dort auch Kassetten kaufen. Und ich glaube, beim Kaufen wurde noch viel seltener nachgefragt, weil da ging ja quasi, da gingen ja keine Namen irgendwo hin. Da musste ja nicht stehen, der und der hat das und das ausgeliehen, sondern wurde einfach das Ding verkauft. Und ich weiß noch, dass ich mit einem Kumpel dort immer in die Videothek gleich straight zu dem Drehregal gegangen bin, wo die Verkaufskassetten waren. Wir fanden die schon allein deswegen so geil, weil sie so riesengroß waren, viel größer als die Verkaufskassetten in Markkauf. Und dann standen dort nur zwei Achtzehner. Und das eine war Lederjacken. Die Zeit hat einfach den Mantel des Vergessens darüber gelegt. Und Tua Womens. Tua Womens hat sich mein Kumpel gekauft, und ich habe mir Lederjacken gekauft. Lederjacken, wie gesagt, heute vergessen. Und bei Tua Womens saß ich und wurde, wir haben ihn gemeinsam geguckt, bei ihm zu Hause, kleine Miniglotze, da war die erste große Überraschung, Cinemascope. Der Film war, warum auch immer, war der da mal einen fetten Cinemascope drauf. Es hat eine unglaubliche Wucht, trotz der wenigen Zeilen Video, die da übrig geblieben, entwickelt. Und ich dachte, wow, also was da alles drin steckt. Also die ganzen Versprechen, die dieses FSK-18-Siegel hatte, schienen eingelöst zu sein. Und es war auch tatsächlich so, dass in Deutschland auch von Anfang an der Directors Cut veröffentlicht worden ist. Weil Tony Scott musste den für das Arwaiting zur Kinoveröffentlichung seinerzeit ganz schön runterschnippeln. Hier war das schon immer die Fassung, die wir auch jetzt gesehen haben, die auch mittlerweile in Amerika ganz, ganz gängig ist. Und das heißt, das ist also der Film, den ich dann von ihm gleich ausgeliehen habe, von meinem Freund, den ich überspielt habe. Dieser Überspielvorgang hat alle Farben total aufgeblasen. Also das Bild wurde noch matschiger, als es eh schon war. Und du weißt, das sind die ganzen Neonfarben, dieses Blau und Rot. Das fing einfach nur an, zu so einer Suppe zu werden. Aber ich habe sozusagen eine sehr intensive Bindung dazu und auch wirklich so, geil, das hatte auch auf jeden Fall was, das darf ich eigentlich gar nicht haben. Und es war so ein Hauch, eine coole Erwachsenenwelt. Ein Hauch von erster Liebe. Ja, wirklich, genau. Und deswegen konnte all das, also es war perfektes Projektionsmaterial auch. Also da steckte all das drin, was man so quasi so an inneren Rebellionen vielleicht auch mal so hatte. Zucken gehabt, aber nicht ausgelebt hat. Und ja, da finde ich das, da finde ich es interessant, also dass das wirklich dann auch sich, also für mich verändert. Ehrlich gesagt wäre ich jetzt auch sehr neugierig, ich glaube ja, dass uns auch der ein oder andere gestandene Filmzuschauer hier auch zuhört, wie das eigentlich diesen Menschen geht. Weil ich war überrascht, als wir bei Facebook, bei unserer Wiederführungsseite da so kurz mal so einen kleinen Dialog hatten, gab es so von ein, zwei Leuten einfach so True Romance, einfach Oberaffen geil. Und da würde mich mal interessieren, ob das tatsächlich auch in einer aktuellen Sichtung noch standgehalten hat, dieses Urteil. Weil bei mir ist es definitiv nicht mehr so. Ja, ich überlege die ganze Zeit, was ich eigentlich für eine Erwartungshaltung hatte. Also ich habe auf jeden Fall nicht diesen Film erwartet. Ah ja, total. Ich habe, glaube ich, irgendwie erwartet, dass die coole Killer wären, so ungefähr, im Sinne von, dass die sehr, sehr selbstbewusst in dieser Hinsicht auftreten. Ich meine, letztlich tritt ja sogar Drexel sehr, sehr bewusst gegenüber, kann man auch nicht sagen. Aber ich meine, was ist, ich meine, es sind totale Fantasiemenschen. Ich meine, also irgendwie hat es natürlich den Hauch von White Trash, das, was so Alabama so von sich weiß. Natürlich, auf jeden Fall. Und er ist der Tarantino-Charakter, der halt nicht in der Videothek, sondern im Comicladen arbeitet und da eben alles aufsaugt. Aber ich kenne gar keinen Tarantino-Film, wo einer in der Videothek arbeitet. Weißt du, wie ich meine? Also das ist eher so, das ist eher die Kevin-Smith-Ecke so. Also ich finde, also eigentlich, das ist schon ein ganz schönes Kunstprodukt, aber das, also das, ich glaube, das ist, also das, was ich jetzt so heute, was mich ernüchtert so, ist aber, glaube ich, eine große Qualität von dem Film. Ich merke aber auch, dass ich das nicht gut fassen kann. Also, weil, was für eine Welt ist denn das so? Was für eine Welt ist das, in der man am einen Tag losfährt aus Detroit? Und ich glaube, Detroit ist irgendwo in Richtung Chicago, ohne das jetzt genau zu wissen. Und Hollywood ist an der Westküste. Also das ist einmal wirklich durchs Land, behaupte ich. Ja, ich meine, eigentlich ist auch der Titel Road-Movie, ich habe das vorhin so ein bisschen in Verbindung gebracht, eigentlich stimmt es ja gar nicht, weil was sind die denn da on the road? Ja, also auf Straßen fährt er. Ja, aber die eigentliche Reise spielt gar keine Rolle, sondern sie kommen dann schnell da an, wo die Geschichte weitergeht. Also da war ich da auch wirklich zwischendurch baff, das muss man dann Tony Scott, glaube ich, auch einfach mal lassen, der kriegt das schon hin, dass diese 120 Minuten ganz gut vorbeirauschen, obwohl eigentlich de facto wirklich nicht so viel passiert. Also im Sinne von... Na, es ist eigentlich, oh, wir haben hier, irgendwas geht schief, oh, wir haben hier Drogen, die uns nicht gehören. Also das ist ja, ich glaube auch nicht, dass das jetzt das erste Mal ist, dass das erzählt worden ist, aber es wird und wurde und wird immer wieder erzählt, oh, Drogen gehören mir nicht, ach, das wird schon gut gehen und natürlich kommen Killer hinterher und am Ende... Naja, und wirklich, also die ganze Mitte des Films ist nichts anderes als das Setup des Finales. Also es wird einfach alles irgendwie eingefädelt und die langen Szenen, wie irgendwie am Telefon verhandelt wird, wie man das jetzt mit Dr. Zhivago aka jede Menge Kokain, wie man diesen Handel jetzt organisiert, weil das halt alles in gewitzter Sprache und mit viel Leidenschaft gespielt ist, kommt das ganz gut weg. Aber es ist eigentlich, also ich war richtig überstaunt, dass dann so 30 Minuten vor Ende, ach so, jetzt sind die ja schon da und jetzt passiert auch wirklich nur noch das. Das wird einfach nur so lange ausgewalzt, ja, also... Ja, aber das, genau, es ist trotzdem sehr eben gefällig inszeniert, deswegen ist das nicht so ein, oh, jetzt komm weiter, komm. So habe ich auch mal irgendwann die Definition von Pulp Fiction verstanden, das, was da auch in Pulp Fiction selber nochmal so erläutert wird, ne, also diese... Schundliteratur. Ja, genau, aber die, die sozusagen, weil, weil sie das so, weil sie, ja, ich weiß auch nicht, in dem Moment, wo das Schund nicht so tut, als wäre irgendwas anderes, also irgendwas vorgaukelt, sondern das einfach auslebt, ist das ja total stimmig. Ist auch ein schöner Moment, wenn Christian Slater gerade nicht anders kann, als mit dem Typen, der so das Newsweek-Magazin in der Hand hat, wo über Elvis geschrieben wird, total nerdig zu kommen und sich dann darüber aufzuregen, wie nerdig die Leute da drin sind. Diese Frau, ey. Ja, genau. Und selber aber gerade den Typen total irritiert mit, was geht denn nachher mit dir ab eigentlich? Ich meine, das ist ja auch was, was mir total dann doch bei all der Gewalt und sonst wie, was man eigentlich sagen muss, oh Gott, das geht gar nicht, aber das ist ja das, was mich immer wieder reiztet bei Tarantino ist, diese ganzen, ja, Filmzitate und ey, guck Filme und die gucken Filme und die reden da drüber und sowas, das ist dieses, oh ja, cool. Ja, gar keine Frage, auch darin habe ich mich natürlich als Jugendliche total wohl gefühlt und darüber lachen zu können, come home in a body bag mit Appleclubs now in Verbindung zu bringen, das ist schön. Muss ja platoon sein. Ja. Steerhunter. Ja, also es gibt auch so ein paar böse Zungen, die meinen, dass Harvey Weinstein durchaus die Vorlage für diesen Prozesse. Also mit Sicherheit, da habe ich auch gedacht, naja, irgendjemand wird sich schon angesprochen gefühlt haben mindestens, oder irgendwie wiederentdeckt haben vielleicht in irgendeiner Hinsicht. Ja. Ja. Okay, das war sie, also die wahre Romanze, geschrieben von Quentin Tarantino, inszeniert von Tony Scott. Mit Christian Slater, der jetzt in Mr. Robot zu sehen ist. Ist das so? Er ist Mr. Robot, glaube ich, ich bin mir da nicht mehr Prozent sicher. Also wir reden von der Serie, richtig? Genau, mit. Die wir schon mal von Anfang an mit Christian Slater ist. Er ist sozusagen der, andersrum, ich kann mir die Namen von dem Hauptdarsteller nicht merken, heißt ja Rafiq oder irgendwie sowas. Und Christian Slater ist, glaube ich, so der Kopf der Hackergruppierung, sage ich jetzt mal ganz banal, das können mich auch wieder alle korrigieren und verbessern. Ja, aber ich habe da eben nur mal so ausschnittsweise mitgeguckt, wenn Kali die geguckt hat. Ja, weil Christian Slater verschwindet für mich jetzt so im Kopf, also in der Wahrnehmung irgendwann so nach True Womens. Mir fällt dann nicht mehr viel ein irgendwie. Das ist ja, kann man ja wahrscheinlich öfter bei Tarantino so, entweder, dass er in Anführungszeichen Karrieren wiederbelebt oder eben, dass die Leute da nochmal einen ihrer Höhepunkte haben und dann nochmal so eine neue Karriere gestartet haben. Aber das ist dann irgendwie so, Wendepunkte ihres Filmschaffens. Aber wer weiß, ich glaube, Christian Slater wird auch gut versorgt gewesen sein. Ich mache mir jetzt gar keine persönlichen Sorgen um den. Nein, nein. Ich finde es sehr faszinierend, dass er ist der große Hauptdarsteller und mir wird irgendwie klar, ja, es gibt irgendwie so auch ein, zwei Filme, in denen er die Hauptrolle gespielt hat. Aber so mit der ganz großen, also das ist ja alles andere als ein Tom Cruise so, ne? Ja, ich überlege also, Crime Story bei Michael Mann hat er ja in einer kleinen Rolle mitgespielt hat in der einen Folge. Dann hatten wir Heathers, dann eben True Womens, aber trotzdem ist Christian Slater zum Beispiel ein Begriff aus meiner, äh, Robin Hood. Da war noch der kleine Typie, ne, an der Seite von Cameron Costner. Der für mich so, ich glaube, gerade durch Robin Hood damals als Kind war mir der Name irgendwie ein Begriff, ohne dass ich dann jetzt tatsächlich noch mehr als diese vier Sachen aufzählen könnte aus dem Stand. Und wenn ich dann drauf gucke, denke ich, auf die Liste gucke, dann würde ich denken, ah ja, ja, ah ja, ach klar, ja, da auch noch, bla 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 bla. Aber genau, das wird auch zu stimmen, der hatte, seine größte Zeit hatte er. Außer jetzt vielleicht nur Mr. Robot, wer weiß. So könnte ich sagen, ja, das war True Romance und nächstes Mal geht es vielleicht wieder um die Untiefen der deutschen Filmmeschichte. Ja, genau, vielleicht bleibt es auch ein bisschen nebulös, weil das ist jetzt eine spannende Zeit für uns, denn wir rauschen jetzt so mitten hinein in die Weihnachtstage. Diese Folge ist jetzt, was ist das, der 18., 18 plus, oh ja, das ist Weihnachten, oh ja, ne, dann wird es vielleicht deutsch-österreichisch oder so. Also, sollte plötzlich gar kein Podcast erscheinen oder auch komisches Twitter-Apokalypse-Duell abgehen, das könnte auch was damit zu tun haben, dass Max das wahr macht. Und hier, ähm, ein Film, dessen Name ich jetzt, nein, na, ich, es ist wie bei den Vampiren, man verbrennt sich dran. Ähm, also genau, es ist ein kleines bisschen, lasst euch ein bisschen überraschen, wir haben es in den Folgen ja schon oft genug gesagt, was ich sehen würde. Ja, das, achso, ja. Ne, aber in der Fall merke ich gerade, dass auch niemand darauf Bezug genommen hat, ich hab doch beim letzten Mal auch aufgefordert. Alle, alle haben einfach, wir schweigen, es ist einfach tot. Ja, verdammt. Und wenn ihr das jetzt auch mit den iTunes-Rezensionen so macht, das einfach nicht tun, ihr müsst es tun, für uns. Das ist unser, unser Weihnachtswunsch an euch. Ähm, und deswegen lasst euch mal ein bisschen überraschen, was wir am ersten Weihnachtstag für euch parat haben. Auf jeden Fall kriegst du schon eine Folge, dafür sorgen wir. Auf jeden Fall schon mal frohe Weihnachten. Ebenso, und auf Wiederhören.